so das erfordert ein kleines neues update denn ich habe mal neu das ist jetzt unsere C-Technik Einzelkonnen wir gehen vom Getreide weg das ist unser neuer Gruber und den haben wir im Angebot gekauft Fendt 1000 Vario 120.000 mit den ganzen aufbauten 160 das ist unser neuer Gruber wie gesagt Egg ist weg dann schon die ist weg kleine kurzer Check Traktoren 1 Traktor 2 Traktor 3 Gruber jetzt Einzelkonnen C-Technik alles was wir halt brauchen wir gehen jetzt noch auf die Karte wir haben gekauft nämlich wir haben verkauft 75 weil der Preis extremst hoch war also guten Preis verkauft wir haben uns 123, 110, 106 und 102 gekauft darum so wachstum 1 Traf 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 die erste und ja heute wird aber folgendes gemacht es wird gemäht denn mein Problem ist ich habe zum agieren ich bin nämlich am überlegen ob ich nicht dieses Filter 102 was ist das ich weiß nicht ob ich es mir überhaupt hole aber wir werden wir werden Ballenwechseler interessant Kipper auch interessant aber was wir uns holen werden was wir uns holen werden das war ich sag mal das hier das war ich halt so auch ein Schwader dazu und da hätte ich mir für den Krone Dings entschieden so so ist das Bisschen da batch wir sagen option aber ja auch zu mieten Irgendwas mache ich auch bei dem Charakter falsch, dann kannst du nicht fragen, was so ist. Das ist aber gleich zum Händler fangen, genau, das ist gleich zum Händler fangen. Ja, unser neuer Big Body. 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 Alles mähen und eben dann Heu machen und dann mit Heu brauchen wir nur Mineralfutter. Nach dem Mineralfutter kann ich wohl zum Starten. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ganz cool, so. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So lassen ich hier jetzt die Tings übernehmen? Ganz falsch. So. So. Das ist ein Richtig gewirbt. Okay, ganz grundsätzlich wieder fahren, aber Wurscht Schauen wir mal. Okay. So. So. Booteca na plata. Ich habe nur ein Interesse, kann ich das Tuch fangen. Eng, aber geht. Wovon er noch nicht gefatzt, okay, aber möglich wärs. Gut. Wo er jetzt hin ist? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. zu wo dann werden wir den jetzt haben wird Wunderlich da. Dann machen wir das ganz anders. Das ist ein engeser, wenn wir uns andere Dinge hinbauen müssen. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Wir haben das. Vielen Dank. So, dann lassen wir den Johnny zum Händler fahren. So, dann lassen wir den Johnny zum Händler fahren. So, dann lassen wir den Johnny zum Händler fahren. Bis dann. Bis gut. Ciao.